Regenbogenpferde Endlich hatte es aufgehört zu regnen und Ella konnte mit Mama zum Picknicken auf den Spielplatz gehen. Als sie gerade ihr Essen auspackten, kam die Sonne heraus und ein riesengroßer Regenbogen erschien am Himmel. Sieh mal, sagte Mama und deutete nach oben. Ella schaute hoch und blinzelte. Zwei winzige Pferde mit Flügeln flogen über den Regenbogen. Ihre Mähnen und ihre Schweife hatten genau die gleichen Farben wie der Regenbogen. Das sind Regenbogenpferde, sagte Mama und lächelte. Es passiert nicht oft, dass ein Mensch sie sieht. Sie fliegen so schnell über den Himmel, dass man denkt, es seien nur Farbflecken. Plötzlich kam eines der beiden Pferde herabgeflogen. Es schnappte sich ein paar Krümel von Ellas Kuchen und flog wieder zurück zum Regenbogen. Ich glaube, sie möchten dort oben picknicken, kicherte Ella. So wie wir.